Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberbank 2077. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was in unserem Anfangsviertel zum tun. Da haben wir ein SXD, Watson Kabuki, hier ist Watson Little China, da haben wir noch zwei Sachen, weil sonst waren wir schon brav, wie man sieht. Da ist war noch nichts, da könnten wir ein Auto kaufen, da haben wir unsere Tuning Garage und wir werden da ein bisschen weitermachen, dass wir das ein bisschen clearen, das Gebiet und dann begeben wir uns da hinunter und da ist dann jede Menge offen. Da können wir die ganze Küste abgrasen, Elementachse finden und so weiter und so fort. Aber zuerst gehen wir da jetzt einmal an den Stand, Versprechungsmeldung, gefährlicher Sorg. Da werden wir jetzt hinupfen und zwar mit dem Schnellreisesystem. Und wir haben noch was Nettes implementiert, aber da führt gerade keine Station hin, vielleicht decken wir da dann auch eine auf, dann können wir das vielleicht nachher benutzen, dass wir da hinüber fahren oder zumindest einen Teil und dann fahren wir mit dem Auto rauf. Jetzt sich überraschen, machen wir mal. Wo müssen wir hin? Hm, 150 Meter. Na, da glaube ich brauchen wir jetzt da uns nicht extern. Na, bumm, da geht's ja ordentlich zu. Ja, ja, ja. Ja, danke sehr. Danke sehr. Ja, danke sehr. Ich habe keinen Sound gehabt. Zielort. Aha. Reichen. Was ist da? Im Wasser? Tatsächlich? Okay. Da habe ich echt gebraucht. Passt gut auf Skorpions Sachen auf, okay? Ich will nicht, dass die irgendwo in einem schäbigen Pfandhaus landen. Na, freilich. Lassen wir gut drauf auf. Oh, yeah. Oh, yeah. Da habe ich so ziemlich das erste Mal, dass ich tauche. Wie mein Sauerstoff. Ohne Luftzufuhr. Blablablups. Ich werde mal kurz einmal Luft holen. Jawohl. Und es geht wieder hinunter. Da hat auch gerade was Blaues auch vorher, oder? Komplett daneben. Alter gepunkteter Trenchcoat. Item-Komponenten. Osterbooster. Was? Was? Wenn wir schon da sind, schwimmen, gehen wir da rüber. Das ist gut gemacht, muss ich sagen. Wenn es wieder mal ein Spiel gibt, wo man schwimmen kann und nicht unter Wasser geht. Oder gar nicht schwimmen kann, wenn man so Futter saubt. Da ist auch noch was Blaues, denke ich mir doch. Hab ich zuerst gesehen. Jetzt ist es wieder weg. Und wir treffen uns nicht mit Takemura. Für das war da mal ein Mod gut, der einem nicht ganze Zeit die Hauptquests aufzwingt. Oder so penetrant ständig vor die Nase drückt. Wir wollen das Hauptquests nicht machen. Somit ist es abgeschlossen. Na wunderschön. Jetzt müssen wir da hinüber. Mal über diesen Schnellreisepunkt, von dem wir gekommen sind. Jetzt schauen wir uns kurz einmal an, was wir da gekriegt haben. Warte einmal. Was ist das? Warte einmal. Was ist das? Was ist das? Ja, dann. Danke. Warte einmal. Was ist das? Ich habe schon mal eine Chance. Seht ihr das mal an? Das werden wir uns auch sicher mal ansehen. Jetzt nicht, weil jetzt sind wir nicht da draußen in der Wüste. Jetzt gehen wir dann dort hinüber. Ich wollte nur kurz schauen, was wir da für Splitter gekriegt haben. Aktuelles Bedarf. Wirdes Gespräch. An 47 Nutzer. Rotant im Mondlicht. Was war das hier? Literatur. Gut, das war's. Passt. Gehört genauso gecheckt. Wo sind wir gekommen? Da links, gell? Jawohl. Ja, ja, ja. Da hätten wir uns jetzt nicht geführt. Nein! Nein! Ja, wie es auszucht. Hahaha. Sorry. Ja, die hat es aber gescheit ausgekagelt. Die war richtig. Nein! Richtig die Flucht ergreift. So. Schauen wir da hinunter und dann können wir schon ins untere Gebiet gehen. Dann müssen wir da oben alles erledigt haben. Das gefällt mir. Gut. Ja, gleich da. Das ist ja traumhaft. Ich weiß, was dich hier erwartet. Schauen wir gleich. Jo. Ich habe einen Sowjetfixer in der Stadt. Mein Kunde will ihn kennenlernen und ihn willkommen heißen. Geh zum Hafen in Kabuki und bring GPS-Sender am Auto des Genossen an. Gut, machen wir. Den Wagen hat er aus der UDSSR mitgebracht. Mehr Infos an beiden. Bleibe unbemerkt. Das wäre jetzt optional. Da probieren wir das. Aha. Oh, geile Karre. Mission verfolgen. Alles fucking schön. Vielleicht können wir dann von der Seite drüber. Schauen wir uns das an einmal. Wie war das, wenn sie es euch einmal verzubst? Da. Wie war das, wenn sie es euch einmal verzubst? Wie war das? Wie war das, wenn sie es euch nicht Matters podcasts hat? Oh, da geht ich mich. ok ok Ich habe dich alles was im Garten genommen. Oh, Gott. Oh. 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 Komisch. Oh. 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 Du hast aufgefunden, dich zu zeigen. Befrauen wir den plötzlichen Verlust unseres Bürgermeisters und guten Freundes, Lucius Ryan. Doch so weh sein Verlust auch tut, wir müssen in die Zukunft blicken. In die Zukunft, die Lucius sich für unsere Stadt gewünscht hätte. Verdächtig, er wird durch realisiert. Ich verstehe, wer der aus meiner Macht stehende Ton, um seine Arbeit gewissenhaft weiterzuführen. Verdächtiger wird lokalisiert. Du hast aufgefordert, dich zu zeigen. Verdächtiger wird lokalisiert. Du hast aufgefordert, dich zu zeigen. Verdächtiger wird lokalisiert. Du hast aufgefordert, dich zu zeigen. Ich zeig mich aber nicht. Verdächtiger wird lokalisiert. Aber geht. Der Dach steht. Du hast aufgefordert, dich zu zeigen. Verdächtiger wird lokalisiert. Du hast aufgefordert, dich zu zeigen. Verdächtiger wird lokalisiert. Du hast aufgefordert, dich zu zeigen. Verdächtiger wird lokalisiert. Du hast aufgefordert, dich zu zeigen. Es wäre natürlich äußerst interessant, ob wir den jetzt da weg machen können. Ohne... Ich wollte es nur testen. Leute, deswegen haben wir vorher gespeichert. Fehltritte passieren. Dafür gibt es auch Schnellspeicher und Schnelllade-System. Aber lustig. Dann haben wir den Schädel weggeschossen und er hat aber weitergelebt, ne? Ich frage mich, wie sie... Ah. F. Gerät anbringen. Du hast aufgefordert, dich zu zeigen. Das hat man gesehen. Ich war nicht so schwer. Dass ich mich Monsieur我就 gelegt. Was ist das? Willkommen in Amerika, Genosse. Da haben wir's. Perfekt. Still und effizient wie in einem Film. Jawohl. Hitman. Aber man kann ja nicht alles haben. Auftrag abgehackt. Und wir haben nicht abgekackt. Sehr schön. Da, da, da schon wieder die städtische Rüge und Lässig. Die Ankunft des sowjetischen Topfixers Mikhail Akulov in Night City hat für vorgesorgt. Bisher heißt es, er sei nur für einen kleinen Deal in der Stadt. Echt jetzt? Der berühmteste Fixer der gesamten UdSSR soll persönlich für irgendwelchen kleinen Scheiß in Night City antanzen? Das glaubt doch wirklich kein Mensch. Also was hat er vor? Wieso ist er in Night City? Mein Kunde will antworten auf diese Fragen. Deshalb sollst du einen GPS-Sender am Auto unseres geschätzten Genossen platzieren. Aber achte darauf, dass du die Sache sauber und leise über die Bühne bringst. Ruhig und lässig. Profi halt. Danke wie. Am Übergabeort findest du ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Zieh nach, wenn du einen Moment hast. Siehst? Und wenn wir die Aufträge schön abschließen, gibt es einen kleinen Bonus an. Wo ist der Übergang? Rüber durch. Jetzt werden wir da außen mal wieder vorspazieren. Ich hoffe, die Markierungen gehen weg, wenn man weit genug weg ist von denen. Oder muss man die wieder entmarkieren? Na, schauen wir mal. Hoffentlich, wenn nicht, müssen wir die wieder entstoppeln von einer. Opsi. Au. Na, das war knapp. Bin aufgezogen. Das Obergeschoss bitte. Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich bin Gillian Jordan. Wissenschaftler von Biodyne Systems haben einen Durchbruch im Kampf gegen Multiple Sklerose bekannt gegeben. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantatechnologie ersetzt. Experten bei Biodyne ist es gelungen, Naniten zu entwickeln, die, durch eine Injektion ins Rückenmark, konstante Langzeitwiederherstellung des Nervengewebes ermöglichen. Die Kosten dieser modernen Behandlungstherapie werden mit um die 700.000 Euro Dollar pro Monat beziffert. In den Überresten von Atlantic City trugt das Deponie Inferno nun schon die zweite Woche in Folge und nimmt immer weiter zu. Die 40 Quadratkilometer große Müllhalde gehört zu den größten der Welt und enthält sowohl giftige als auch organische Abfälle. Sieben Feuerwehrleute haben im Kampf gegen die Flammen ihr Leben gelassen und 40 weitere erlitten schwere Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen. Die schwedische Akademie hat bekannt gegeben, wer den nächsten Literaturnobelpreis erhält, Virginia Grantchester, und bezeichnet ihr aktuelles Buch im Schatten eines Apfelbaums als einen Schatz dieser Generation. Schatten eines Apfelbaums Eine entwickelte KI von Raven Micro Cybernetics hat in den vergangenen Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Ihr erster Roman Requiem für einen Samurai, der damals in über 70 Sprachen gleichzeitig veröffentlicht wurde, verkaufte sich ca. 3 Millionen Mal. Im Schatten eines Apfelbaums ist ein Drama, das im 20. Jahrhundert in Irland spielt und wird schon jetzt als Meisterwerk der postapokalyptischen Literatur gehandelt. Und das waren die Weltnachrichten. Danke, dass sie N50 eingeschaltet haben. So, die Nachrichten kann man ruhig hin und wieder einmal mitnehmen, glaube ich, ne? Ja, da stehst du ja eh, brauchst nicht hoch. Haben die noch immer markiert jetzt, oder? Hafen. Nein, sehr gut. Hat auch nicht das Platz, aber von der Stimmung her wie genial, oder? Alles in das Licht getaucht, da hinten das in den Gelb. Der Raucher, ich liebe es. Was für ein geniales Spiel. Aber es kann schon sein, dass ich mir das schon einmal erwähnt habe, ne? Und, was haben wir gekriegt? Also ich habe nichts mitbekommen. Was haben wir denn bekommen? Was haben wir denn bekommen? Ah, jetzt werden wir es sehen. Daut ein bisschen. Oh, das ist nicht so schnell. Beginner Jones. Hey, wie? Ich habe ein paar neue Aufträge für dich. Mach das ordentlich und bald hat jeder deinen Namen gehört, der in dieser Stadt irgendwas zu sagen hat. Ja, sehr gut. So, bitte her damit. Nichts wie her damit. Wir nehmen alles an. Weil wir wollen skillen und leveln. Und Spaß haben. Und stärker werden. Und Geld brauchen wir. Und weiß nicht was. Und bliblablubs. Ja. Ja. Ich würde sagen, der ist hier. Also, der... Beorgere Gegend da irgendwie. Oder? So, schauen wir mal. Ist da was aufgepoppt? Was ist da tatsächlich da unten? Rückholaktion. Da schon wieder drängen sie uns das auf. Triff dich mit Takemura. Ach Gott. Was? Tagstag. Auch nicht schlecht. Dafür verwenden ja noch immer die Kleinen. Und von denen haben wir 191. Schauen wir mal ganz kurz. Sorry. Gut. Nehmt euch Zeit. Da braucht keiner nervös werden. Alle Atems. Oder was ist denn das? Neu, neu, neu. Da ist aber für euch. Schau, da sind die Blauen. Wir haben es auch in Episch schon. 191, das sind die Grünen. Ja, in... Tatsächlich. Ich bin sofort 15% deiner gesucht. Mit den 3ern. Was haben wir da? 40. Da sind die Grünen glaube ich gescheit. Eine Weile. Da kennt man mit dir auch durch. Ja. Jetzt haben wir die ausgewählt, ne? 247. Ja. Ah, ja. Ja, Regina. Bitte sehr. Es geht um geklaute Medikamente. Jemand versteckt dir in der Wohnung in Kabuki. Aber ich weiß nicht, was dich da sonst noch erwartet. Sei vorsichtig. Na dann schauen wir hin. Okay. Bringen Sie mir zurück und ein paar Ripper werden dir sehr dankbar sein. Hoffentlich haben sie dann was Schönes für uns, die Ripper. Schauen wir mal was geschrieben hat. Mikroleaktion. Gestöne neue Medikamente beschaffen. Wohnblock Columbus Street. Details. Vor ein paar Jahren habe ich mal einen kleinen Beitrag mit dem Titel Wie erschwinglich ist Gesundheit gedreht. Und es stellte sich heraus nicht besonders. Meine Zahlen haben damals gezeigt, dass nur 3% der Einwohner von ICT sich eine Krankenversorgung leisten konnten. Seitdem hat sich vieles geändert und zwar zum Schlechteren. Sonst 3% war schon nicht viel, ne? Manche Leute haben den Rippern den Krieg erklärt, brechen in Kliniken ein und klauen die Medikamente. Kaum überraschend, wenn du mich fragst, aber die Ripper brauchen das Zeug natürlich. Du sollst also ein Paket mit gestohlenen Medikamenten zurückholen. Dank dem GPS in dem Paket wissen wir sogar genau wo du es finden wirst. Wunderschön. Schallplatte. Bondsbeck. Na schau. Hundertzwei... Zwei... 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 Ja, der hat schon zu lange falsch gepackt, den haben sie schon aufgedoppelt auf die Völkern. Kannst du einen billigen Ripper? Kann dir nicht helfen, Tum? Liegst beim Fingerspett, dieser Arsel könnten wir mal vorbeischauen, ne? Ja, der hat ja glaube ich irgendwas Nettes zum... Na, du geiles Stück! Ja, danke, danke, aber damit kannst du mich nicht locken. Tschüss euch! Willkommen, willkommen! Naja, wäre was... Hast du Kleingeld? Na. Wirst du nass das Jaule? Wie ein sterbendes Tier! Waaaah! Schhhh! Nicht so laut! Ach, kann nicht die Polizei rufen, sonst kommen die Tigers! Ich weiß! Und die können wir nicht fragen, sonst zahlen wir ewig dafür! Wir müssen was tun! Er kann nicht hier bleiben! Ich weiß nicht! Na ja! Ich hab mir gedacht, vielleicht kriegen wir da ein verstecktes Quest, weil sowas gibt's nämlich auch! Sei weiss, gell? Nachdem wird's wurscht sein! Ich guck mich nicht so an! Rosaner Rauch schaut ja genial aus an! Ich geb dir auch nen Rabatt! Der Rosen! Na, was ist mein Rabatt? Du solltest sehr sehr viel Geld machen, wenn's da... Willst du ficken? Bitte? Du solltest viel Geld machen, wenn's Zigaretten erfindest, die einen rosanen oder einen roten Rauch machen. Ohne dass sie schädlicher sind, als wir sie eh schon sind, ne? Na gut, das... Die hat uns zwei gefragt, aber... Willst du was? Na, von dir nicht! Na komm, du darfst, lass dich da rein! Ich habe gerade zu tun! Ja, deine Frau lässt dich ja nicht rein! Was denn? Allein ich das wegge... So... Hurra! Weichern! Im Winter ist sicher Leimann mit den offenen Fenstern da... Heimwerkerleitfahrten... Das hat sich aber von da... Eine Bombe aus gängigen Küchenmaterialien oder so... Denkmal schon Heimwerkerleitfahrten... Da kann einer durchgehen, wie's da ausschaut, ne? Kassische Pilotenbrille mit Panzerbeschichtern... Da haben wir uns auch schon ein paar aufgehoben... Weil ich finde das echt Leimann vom Style her... Ah, da kommt man rüber auch... Da könnte man auch mal hinschauen dann... Da müsste er jetzt aufgestanden... Was wirklich im Arasakotara geschah... Da braucht man nur unseren... Unsern Jonny im Hirnfang... Er kann uns das ganz genau schildern... Sch! Sch! Da sind wir auch gekommen, gell? Jetzt machen wir da wieder zu, dass wir das wissen von wo wir kommen. Da sind wir aus dem Boden. Gut für Items. Die werden sicher oben sein wahrscheinlich. Da waren wir schon. Ich reite den Komponenten, immer her damit, das machen wir alles zu Geld. Wenn du da stolperst, schaut gut aus. Voller. 340 bis 460. Konstitution 10. Die müssen wir echt einmal probieren. Was für ein arger Revolver. Heimwerkerleitfaden. Okay, da liegt aber auf jeder Ecken der Heimwerkerleitfaden für Bomben zum Herstellen. Wir haben es da daheim getestet, wie es ausschaut. Die selbst herpastelnden Bomben. Reflector-Weste aus metallverstärkten Nylon. Falls wir mal eine Bahn haben auf der Autobahn, können wir uns die ausziehen. Lieber die in grün. Und ein bisschen Euro-Dollar. Da werden auch Euro-Dollar drin sein. Naja, 388. Freut mich sehr. Tür. Dachte ich mir. Jawohl. Item-Komponenten. Halt! Ja, okay. Aber Vorsicht mit dem Abzug. Wie hast du mich ge... Keine Bewegung, verdammt! Ich mach dich nieder, du Köter! Ähm, ganz kurz. Da hätten wir uns eigentlich gesprochen. Pass auf. Nichts machen. Ich meine, das Kampf ist nicht möglich. Laden dann. Sorry Leute. Das werden wir jetzt ohne Waffe probieren. Vielleicht rett er dann mit uns und fangt nicht gleich zum schießen an. Und wieder einmal machen wir einen Quick-Load. Und jetzt werden wir out sein, weil wir sind schon gut in der Zeit. Und das wollen wir natürlich noch fertig bringen. Gut. Machen wir das so. Voll so ausgezogen, dass wir gleich die gescheite Waffe haben. Die liegt noch da. Sehr gut. Dankeschön. Brauchen wir nicht raus schauen. Ja, alles noch so wie vorhin. Jawohl. Die besten. Da Euro, Dollars, 388. So. Und jetzt stehen wir genau davor. Völlig Item-Komponenten. Dankeschön. Aber jetzt. Jetzt sind wir zu schwer. Oh, geht das so langsam. Okay, wir sind auf G angekommen. G ist nämlich für gehen. So. Probieren wir es. Halt! Halt! Ja, okay. Aber Vorsicht mit dem Abzug. Wie hast du mich gefunden? Ist ein Auftrag von einem Fixer. Nichts Persönliches. Gib mir die geklauten Mads und ich bin weg. Geklaut? Keine Bewegung, verdammt! Ripper-Docs. Die sind die Verbrecher. Baloperidol? Für Cyberpsychose? Ich bin nicht irre, verdammt! Ganz ruhig. Klappe! Geh weg! Wenn sie bei dir eh nicht wirken, gib sie doch einfach mir. Du bist so wie die! Ripper! Politiker! Genau wie dieses Arsch noch haut! Deine Waffe ist unsichtbar! Wir fallen da schon Unterschiede ein. Klautze! Der Bastard hat von der Forschung gestohlen! Dem sind die Kranken scheißegal! Aber... Aber bald... Finde ich ihn! Mach ihn kalt! Melitec HKS 47 mit Polymerverstärkung. Du warst mal Soldat. Melitec. Dritte Leichtinfanterie 155. das Argument. Sieben Jahre im scheiß Dschungel. Also alles noch leichter... Äh, du warst mal Soldat. Bevor du krank wurdest? Haben mich ausgewechselt wie ne Batterie. Kein Grund zum Terroristen zu werden. Wo hast du gedient? Brasilien. Ja. Erinnere mich an alles. Dreck im Gesicht. Immer müde. Immer nass. Ist wie ein Braindance, den... den ich nicht loswerde. Du erinnerst dich permanent? Nur ohne Adrenalin. Und meine Brüder... Fuck! Die hatten mich schnell vergessen. Du bist wütend, ich versteh das. Fühlst dich betrogen. Nicht nur ich! Ich weiss, aber wenn du Holt umbringst, machst du's für andere wie dich schlimmer. Die werden dich jagen. Geh. Geh, bitte. Du weisst, ich kann nicht ohne die Mads. Da drüben. Ich will allein sein. Na, geil, oder? So ein armer Teufel. Ja. Er ist nicht der einzige mit Problemen in NC. Er ist ganz allein. Und steht mit dem Rücken zur Wand. Was erwartest du? Soll ich schnell ein Heilmittel erfinden? Vielleicht doch keine schlechte Idee, Holt zu ermorden. Würde ein paar Leute ärgern. Schon, aber was soll das bringen? Besser ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja. 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 Gerlös Bild. Bill, weißt du, dass unser letzter Steffel schon zwei Monate her ist? Alle fragen nach dir. Kommst du Donnerstag um 7 Uhr und redest mit Mike und Sarah? Oder setz dich wenigstens dazu und hör zu. Denk daran, PTPS ist nichts, weswegen du dich schämen musst. Wir haben das alle durch. Wir kennen den Schmerz. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Wenn mir diesen Donnerstag nicht passt, verstehe ich das. Aber versuch wenigstens wieder in die Routine reinzukommen, okay? Und wenn du erstmal nur mit mir reden willst, ist das auch okay. Du hast ja meine Nummer. Ich würde dich gerne wiedersehen. Von Lyam Tyler. Nein Lyam, ich habe genug von eurem Verständnis und all dem tröstlichen Schulter geklopfen und von eurem Selbstmitleid. Reden bringt überhaupt nichts. Taten aber schon. Mach keine Dummheiten, okay? Wo wohnst du jetzt? Ich könnte vorbeikommen und wir könnten über deine Gefühle sprechen. Bill, wo bist du? Okay, das ist wieder das mit dem Bezahl-oder-Kopf-Explodiert. Kennen wir eh schon alle. Ich würde ehrlich gesagt gerne einmal diesen Car-Dealer ausprobieren. Kennen wir uns irgendein Auto? Ich hätte sehr Lust, muss ich sagen. Auch geil, oder? Sidewinder. Für den Hammer? Der kostet auch sogar 54.000, aber der hat ein anderes Branding drauf. Polizei-Auto, sehr geil. Oh, noch eines mit diesem Schriftzug drauf. Das ist ja gierig. Das ist ja gierig. Immer 60.000. Oh. Mhm. Oh laul. Sehr, sehr geil. Bist du, teppert er schon. Was für ein geiles Wagen. Entschuldigung, ich freue mich gerade ein bisschen. Oh. 82.000. Aber ein Targer. Offen. Den haben wir schon, aber in schwarz. Vom Murkman, oder wie er kasselt. Das Batman-Easter Egg. Hat aber auch geil aus in diesem Gelb-Silber, muss ich sagen. 230.000 Rayfield. Guarante. Not enough Streetcrate. 82.000. Den Targer. War schon was, oder? In was für einer Farbe? Weiß ist mir ein bisschen. Ich weiß, das ist ja äußerst in jetzt weiß. Damals, wie ich einen Führerschein gemacht habe. Von weiß nur die Taxis. Mein erstes Auto war nämlich weiß. Und alle haben mich verarscht und gemeint. Haha, was ist? Bist du ein Taxifahrer? Jetzt gefällt sich jeder, dass er ein weißes Auto hat. Also so in schwarz gefällt mir äußerst gut. Also es ist so ein dunkelblauer. Das gefällt mir nicht. Und das eine so weiß auf Kanada. Kaufmann. Wurscht. Und wieder mal Escape. Zack und da sind 200.000 weg. Hurra. Das schmerzt ein bisschen, muss ich sagen. Aber da werde ich offscreen wieder einige Items herstellen. Und bleibst dabei da. Kannst dir am Zusammenrahmen helfen. Ernsthaft? Tja. Das war's wohl. Okay. Ernsthaft? Das hat mir da extra nichts gemacht und jetzt haust du auch eine Kugel in den Schädel. Schaut. Na ja. Was willst du da machen? Schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Woll ich nicht zu haben. Sind schon wieder so gut in der Zeit. Scheiße. Ich schaff's nicht kurzere Folgen zu machen. Tut mir echt leid. Aber ich wollte euch da nicht mittendrin das... Schau dran, das Spiel. Also das Quest. Sicher auch nicht ausgezahlt. Jetzt ein wenig 8-9 Minuten da in eine andere Folge zu packen. Ja, macht's dabei weiter bei Nix so wie früher. Schau dir deinen Schädel auch mal. Vergabeordner. Wenigstens brauchen wir nicht so weit gehen. Na ja. Bis wir uns Item hinterlegen. F. Und somit werden wir da ein paar Häusle einlegen, Leute. Ja, aber jetzt werden wir noch telefonieren. Danke. War sicher nicht einfach, aber du hast das perfekt erledigt. Auftrag beendet. Sehr gut. Und wie es weiter geht, das seht ihr dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Und dann werden wir auch mit dem gerade gegönnten Wagen ein bisschen herumfahren. Zum nächsten Job zum Beispiel. Ich hoffe, dass es dabei war. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und bis dahin. Tschüssi und Baba. Ich freue mich. Bitteyn. Dur